Mit der 950 Michael Kahl mit Puls, mit der 360 ist Günther Säunig Solina unterwegs, mit der 26 Wolfgang Simon Kempel Seebutzendorf, mit der 970 Michael Weinberger mit Puls, mit der 338 die Startung von Rainer Schwab von den Roadrunners. Und ich würde sagen, ich hoffe, dass unsere Zuschauer mit allen dabei sind, mit beiden Augen, mit beiden Ohren, vor allem mit der Motivation, die auch wir haben. Bitteschön. Die Leute, die Zuschauer, wir haben die Startung zu machen. Wir haben einen Stopp. Wir haben einen Stopp. Auch unsere Funktion jeder auf der Rennbahn. Unsere Sicherheitskosten, die Farbe herausgestreckt, signalisiert unseren Rennfahrern sofort anhalten. Ohne irgendeine Maske zu machen. Also sofort Start, Stilstand anhalten. Wir haben auf der Rennbahn. Wir haben Wärme Katz mit jen Teile gewonnen. Wir haben eine Zeit aus der Rennbahn. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.